Mein Name ist Munoven Karol von Zerabina SBL, ist die Berufserbildungsbüroderin bei Zerabina als ein Schwerpunktleit an der kompetenzorientierten Lärfbundberotung. Den Urlaub für ein Grundfischprogramm teilzuholen muss, dass Valorisierung für eine Validerung kommen muss, dass wir den Umsatz an Europa, respektive Partner, mehr propagieren wollen. Aus Erfahrung als Berufserbildungsbüroderin, wo ich Leute beginnen, die eine Validerung aufgehen wollen, kann ich mit Sicherheit sagen, dass es eine Voraussetzung ist, dass Menschen sich selber wertschätzen müssen, ehe sie so ein langwieriger Prozess von einer Validerung auf volles Reich aufgehen. Es leidt an der Wertschätzung, dass ein Mensch sich selbstbewusstet, was er kann, ihren dann auch sich präsentiert, um von Bausen unerkannt zu gehen. Veröffentlichen wollen wir in Zukunft einen Klärfilm, den wir mittlerweile auch schon einen Auftrag geben haben, in dem Klienten und Leute, die in Validerung aufgehen wollen, auch den Valorisierungsaspekt kennenlernen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!